Vielen lieben Dank für 100 Abonnenten. Ihr ahnt nicht, was mir das bedeutet. Und bei 100 Abonnenten dachte ich nur... Du bist das Unmögliche. Ohne euch wäre das einfach unmöglich gewesen. Ich bin so dankbar für jedes kleine bisschen Unterstützung, denn nur das hat mir die Kraft gegeben, die Geschichte weiter zu erzählen. Und deswegen werde ich sie hoffentlich auch noch lange weiter erzählen können. Ihr wisst einfach nicht, was das bedeutet für jeden, der ein Fanprojekt hat. Ihr müsst diesen Leuten sagen, dass ihr diese Geschichten liebt, sodass sie die Kraft haben, sie weiter zu schreiben und ihr sie auch weiterhin genießen könnt. An der Stelle danke an alle, die meine Videos kommentiert haben. An einen Supreme Leader Thrawn, an einen Peter Peters, an einen Santarin6129. Ich bin euch so unglaublich dankbar. Euch allen Ohren auf und möge die Macht mit euch sein. Schönen Tag. Ich bin euch soLife Also2ky gut, Ohne wie das jetzt erstmal sich ein Portal eins regen. Untertitelung des ZDF, 2020